Vorher schauen wir uns erstmal deutsche Memes, die gut riechen an, meine Freunde. Ey, let's go! Rein in die Masse! Äh, deutsche Memes? XUNA! XUNA! Japp! Ach, boin! Pascal, Digga, bin bald zwei Jahre Sub. Dankeschön, Bro, Kuss. Mann! Nein! Hallo. Hallo. Was machst du, Lo? Hallo. Was machst du? Ja, was machst du? Spaß, mein Mailbox. Digga, was für ein Hund, Alter. Eins in drei Brot, Leute. Dankeschön, Bro. Ja, ich hab... Was wäre, was wäre? Jaja, macht man nie, macht man nie. Macht man auch nie. Mir geht's gut, meine größte Lüge. Weißt du eigentlich, mit wem du hier redest? Was glaubst du denn, wer hier vor dir steht? Hm. Weißt du, wie viel ich im Jahr verdiene? Selbst wenn ich es dir sagen würde, würdest du es mir nicht glauben. Deutsche Monte, Digga. Äh, die Skillers. Dankeschön, Bro. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, thanks, Bro. Holy shit. Hold this shit. Oh, my God. Oh, yo, cut it, cut it, cut it. Cut it. Digga, what the fuck? Kevin. Geiles Gruppenwichsen. Okay, cut. It's cut. What the fuck? Wie geil ist das denn? Oh, clean. You know. Ich hätte so gern Ballonpiloten als Freund. No joke. Clean. Geil. Geil. Einfach rückwärts. Sau entspannt. Vielen Dank. Es ist wirklich krass so, dass, also die, also, äh, also, ähm, also, Bahnfahrer, also. Der Junge ist wirklich absolut dumm, ganz ehrlich. Es scheint sehr teuer zu sein. Tut mir leid, dass wir nach einer knappen Minute schon wieder aufhören müssen. Vielleicht gelingt es ja innerhalb der nächsten Minuten ein Neuempfang. Ich brauche einfach drei Tage, bis ich komme. Ist das ein Problem? Ich wollte euch sagen, ihr seht total sympathisch aus. Was? Ihr seht sehr sympathisch aus. Partisch? Sehr sympathisch. Was ist das? Nett. Ihr seht nett aus. Ja. Nett. Nett aus? Ja, nice. You look nice. Ja. Net. Friendly. Okay. Warte, nur hier. Immer im Religionsunterricht. Immer, immer, immer. Das ist das verboten. Das ist doch klar, das ist die Flagge von Österschweiz. Ich würde Skandinavien sagen. Skandinavien ist ja ein Land, Digga. Das sieht irgendwie so Skandinavien-mäßig aus. Norwegen. Nie gehört. Ah, äh, äh. Jamaika. Brasilien. Ja, Digga. Brasilien, easy, Digga. Trimax, Alcrimax, by the loss, Digga. Buchstaben-Suppe. Danke für dein Reserv. Kuss. Ja, Mann. Oh, mein Gott, Digga. Ich will mich... Ey, Peaky Blinders. Netflix, gönn neue Folge, bitte schnell. Es nervt mich so. Ich werde so aggressiv, Digga. Hallo, Lernkurve? Bist du da? Hallo. Hallo, Lernkurve? What the fuck? Wie geil. Soll ich das auch machen? Soll ich mir LED-Streifen in den Kopf setzen? Oder wenn ich kacken muss, dann kacke ich. Und wenn fucking Barack Obama zuguckt, ich scheiß dann halt. Ich muss scheißen. Digga, was soll ich machen? Dann scheiß dich halt. Ja. Wie ihm juckt's. Ja. Liguri, Isabel, danke für eure Subs. Kuss. Instagram, nicht mehr folgen. Snapchat, nicht mehr folgen. Kurze Frage. Was bleibt Ihnen von dieser Woche im Gedächtnis? Ich hab noch nicht gebumst. Einfach ich. Was haben Sie gedacht, als der Ball im Tor war? Tor. Ja. Ja. Ja, Tor. Ja, ist naheliegend, ne? Aber so, ey. Wenn ich Montag krank bin, will ich Montag krank machen. Hatte Sex mit deiner Frau gestern. Ja, ja. Ja, ja, klar. Wen beleidigst du hier, Alter? Wen beleidigst du, Junge? Komm her. Komm her. Oh. Oh, Digga, sieht wild aus. Ich weiß noch nicht genau, wer gewinnt. Da muss man einfach durchziehen. Da muss man durchziehen und fertig scheißen. Ganz einfach. Ich kann, ne? Aber wer bei dem Game showt, ist so low, Alter. Oh, mein. Oh, no. Ey, das gibt's doch nicht. Fuck. Nein, tu ich nicht. Nein, mach ich nicht. Mach ich nicht. Oh, lecker, Memo. Ganz ehrlich, ich würde lieber Montes Arschloch küssen, als das Ding. Das hat euch gefallen, oder? Du musst das Pferd füttern, als ob... Essen Pferde keine Kakteen? Äh, äh, wie heißt die? Äh, man, wie heißt es denn auf Deutsch? Ein Kaktus... Wirklich, Leute. Es ist einfach schlimm. Ich bin wirklich mit Abstand der intelligenteste Streamer von allen. Alle sind so dumm. Alle sind so dumm. Bei Montes Arsch weiß man zumindest, was drin war. Ja, ja, Jappi war da drin bis dato. Hey, ein Jahr kein Sex oder ein Jahr kein Zocken? Sehe ich so aus, als hätte ich Sex? Ah. Genau wie du sagst. Es ist wie bei dritten Dates mit einer neuen Freundin. Beide wissen, es wird jetzt passieren. Nur, dass er den hier nicht reinhämmer. Wie viel... Ah, Digga, what the fuck? ...komme ich eigentlich als Wissenschaftlerin im Monat. Nachdem ich mein sechsjähriges Bachelor- und Masterstudium beendet habe und nun drei Jahre als Doktorentin arbeite, bekomme ich 1700 Euro netto. Werde doch Streamerin, what the fuck? Was ist das denn? Was für eine Scheiße. Was für eine Scheiße. We lit, boys. Modification gang. We lit, boy.